Stell dir einmal vor, zu dir kommt ein kleiner Babylöwe, der offensichtlich Hunger hat und von dir gefüttert werden möchte. Eigentlich hast du gar kein Futter für ihn übrig. Das Steak in deinem Kühlschrank wolltest du dir selbst braten. Aber der Löwe faucht ein wenig und zeigt, noch etwas unbeholfen zwar, aber deutlich seine Krallen. Da wird dir ein wenig mulmig und du rückst das Steak heraus. Mit der Konsequenz, dass der Löwe zufrieden seines Weges zieht und du deine Ruhe hast. Zunächst. Denn nur wenige Zeit später schaut er erneut bei dir vorbei. Er will schließlich groß und stark werden und dafür muss er noch eine Menge fressen. Dieses Mal wolltest du eigentlich hart bleiben. Nein, die Filets im Kühlschrank, die sind für die Gäste, die heute Abend zum Essen kommen. Aber besonders angenehm ist es nicht, den Löwen fauchen zu hören und seine Krallen zu sehen. Also gibst du noch einmal nach. Was geschieht, wenn dies so weitergeht? Überleg einmal. In dem Moment, in dem der Löwe bekommen hat, was er will, hast du deine Ruhe. Ja, das fühlt sich gut an. Du bist erleichtert. Aber was passiert auf Dauer? Zwei Dinge vielleicht. Der Löwe ist nicht dumm. Er lernt ziemlich schnell, dass er von dir bekommt, was er will. Er wird also immer wieder kommen. Und er wird dann jedes Mal gefüttert. Und wenn er dann jedes Mal gefüttert wird, wächst er. Wird tatsächlich groß und stark. Und damit werden auch seine Krallen immer größer und schärfer und sein Fauchen immer lauter und bedrohlicher. Und es wird immer schwieriger, sich ihm zu widersetzen. Was hat diese Geschichte mit dir und deinen Problemen zu tun? Gibt es irgendein Gefühl, einen Gedanken, einen Impuls, eine körperliche Empfindung, die du nicht magst? Eine innere Reaktion, die gefüttert werden will, um Ruhe zu geben. Die aber immer wieder kommt. Möglicherweise noch kräftiger und aufdringlicher als zuvor. Überlege dir also einmal. Was ist mein Babylöwe? Was ist das Futter, also die innere Reaktion, die es von mir verlangt? Und wie sieht die Ruhe aus, die ich danach habe? Also was passiert, wenn ich getan habe, was die Reaktion von mir verlangt? Und wie gestaltet sich das Größerwerden des Löwen? Also wie gestalten sich die inneren Reaktionen? Wie breiten sich sie aus? Wie intensivieren sie sich? Und was folgt aus dem Ganzen? Was müsstest du tun, wenn du willst, dass der Löwe dich in Ruhe lässt? Eine kleine Geschichte, die vielleicht zum Nachdenken anregt. Was ist das? Ja. Vielen Dank.